Das ist Tom. Und das ist sein Ferienhaus. Tom möchte gerne ein guter Gastgeber sein. Doch das mit dem Vermieten hätte er sich einfacher vorgestellt. Wie vermarkte ich meine Ferienimmobilie am besten? Auf welchen Internetplattformen sollte ich inserieren? Und welchen Preis kann ich verlangen? Dazu kommen noch die täglichen Aufgaben der Vermietung. Buch holen organisieren, E-Mails beantworten, Fragen klären und nicht zu vergessen die Gäste begrüßen. Danach sauber machen, Reparaturen erledigen und die Abrechnung nicht vergessen. Das hatte Tom sich irgendwie entspannter vorgestellt. Dabei ist die Lösung ganz einfach. Help to Rent. Wir übernehmen alle Aufgaben rund um die Vermietung und Vermarktung deiner Ferienimmobilie. Zuerst entwickeln wir eine Vermarktungsstrategie für dich. Dann inserieren wir deine Unterkunft auf den passenden Portalen im Internet. Mit professionellen Fotos und aussagekräftigen Texten. Gleichzeitig steigern wir deine Einnahmen durch eine individuelle Preisstrategie. Wenn du willst, kümmern wir uns auch um alle Aufgaben vor Ort. Und während du entspannt auf deinem Sofa liegst, betreten deine Gäste eine perfekt vorbereitete Wohnung und haben eine tolle Zeit bei dir. Bist du auch im Besitz einer Ferienimmobilie und willst sie entspannt und sicher vermieten? Mit unserem Angebot sorgen wir für maximale Einnahmen, glückliche Gäste und bieten dir den perfekten Rundum-Sorglos-Service. Oder wir kümmern uns nur um die Vermarktung, wenn du alles andere selbst übernehmen willst. Also, mach's wie Tom und profitiere von unserem maßgeschneiderten Service. Vereinbare noch heute einen Termin mit uns. Help to Rent. Der Vermarktungsexperte für deine Ferienwohnung. Maximale Einnahmen, glückliche Gäste, perfekter Service.